ja leh, hack mich mit deinem Magikarnit alter war das heavy, meine Güte lass dir einmal zumuten, gleich am Anfang achso, ich hatte eine Stufen, jawoll Stufenaufstieg nochmals und halt dann machen wir jetzt hier einhändig Glanzknecht mach die scheiße, laufe ey, ich leb noch cool ach nee tot ach egal ich will noch hier raus oh mein Gott noch mal noch mal alt, wer hat verrückt hier oh, wiederherrschen und verbessern, auf 16 Junge, hier geht ab ich bin nicht krepiert, das ist gut ich kenne jetzt mal weiter hier öffnen oh, schütz oh, schütz oh, schütz zu viel mit sichern hat doch gerade irgendwas von dem Scheiß Zeug hier auf wie kann man das wegschmeißen er noch Streitakt Stahl durchgegangen Fußlappen weg damit das vier Wärme es gibt sie mit ein bisschen Weinrein der Schöner wo geht es weiter Kette ziehen Tja Leute, das ist jetzt Hammerhardt hier, dieses scheiß Ödsturzüge Grab wie Lumpen hier. Und da ist noch eine weitere Kiste hermit. Gold, Grab, aus Grandstein, Rolle des Feuerballs und kleine Heilung. Hey, das will ich ja noch mitnehmen. Uah. Hey, da unten ist ein Spaß. Na toll, jetzt kommt er hoch. Nicht klettern zu runter. Jump. Hm, da geht's weiter. Der wird sich ja denken, ha, wo ist denn da hin? Wie weit ist es denn noch zu diesem scheiß, wo auch immer hin? Zum Ausgang. War noch so ein Wichser. Alter. Ach du Scheiße, wie stark ist der denn? Alter. Immer schön austeilen drauf da. Ach. 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 ne, Tasche oder sowas. Klasse. Klasse. Super. Oh, geht's weiter her? Hier. Allerheiligstes. Nicht schon wieder. Okay. 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 Teilen. Dann durchrennen. Dann durchrennen. So. Okay. Waffen. Steilspitzhacker. Äh, Axt. Ah, mich jetzt erwischt. Ah, mich jetzt erwischt. Bis er noch festzieht kann. Das ist noch so ein Spaß. Na, warte. Oh, ah, ist noch einer. Genau. Oh nein, ich stehe gleich. Oh kack, kack. Oh kack, ich muss was trinken. Okay. Ja, ist was, du wichs, Alter. auf die gibt es noch gleich lang und der Aufstieg der Ausdauer das Obenhändigkeit ex für ein nicht mehr schwer wo geht es weiter hier oh mein Gott auch scheiße was ist das Schlüssel ach da kommt die Klaue drauf wo haben wir denn diese Klaue, aber sonstiges goldene Klaue da steht es drauf aber ich kann es nicht erkennen was ist das ich glaube so was wie ein Bär ein Falter und eine Eule mal gucken ob das klappt nochmal ok drehen ahja so sieht das aus ein Feier ein Falter ein Falter ja genau und eine Eule also wenn das jetzt stimmt das ist cool mach mal hat geklappt hat geklappt he geil ok los gehts ja ich stürm jetzt schon vor Rauer rein das war natürlich typisch dass ich sie irgendwo reinfalle das war natürlich typisch dass ich sie irgendwo reinfalle hey was ist das denn hier ich seh nichts ich seh nichts scheiße was ist jetzt los hey cool oh shit oh shit wie jetzt hier höherer Trauchen Lust hey cool bevor er sich schon sein Schwert gezogen hat hat er schon witzig einen abgekriegt das was ist denn immer drauf da zack und tot er war ja billig wo ein Vogel Drachenstein nehm mal mit das nehm mal auch mit ok das ist noch irgendwas spannendes hier schwaches Gift dazu in der Kiste Gold also starkst ok ok wo gehts raus ich wills einfach nur abpfeifen achso wotens 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 schreie unerbittliche Macht geht nicht hm tja scheiß was ist das ein Griff haha Kugel auf die Tür Tritra trulala Tritra trulala Tritra trulala wir gehen jetzt hier durch was liegt da in Schede und irgendwelche Blumen toll ah da gehts raus Gott sei dank endlich endlich raus da ah bin ich froh endlich raus zu sein meine Güte ah flucht und wo bin ich jetzt wa nein fuck fuck oh ah jetzt war ich draußen so Leute ich hab es nochmal geschafft Gott sei dank ja ich hatte nicht gespeichert und ich war bis noch mal vor diesem messigen Traukner Fürsten das war arschwer ich sag's euch diesmal war er gleich draußen ah ja und wir sind zurück nach äh auf dem Weg zurück nach wie ist das flussweit genau und ich dachte nicht und ich dachte nicht dass der Weg so lang ist verdammte scheiße und wer zum Teufel ist das da der Junge ihr braucht etwas Balbus ich sammle Zutaten um sie dem Feinschmecker zu bringen ihr habt vom Feinschmecker gehört nein wisst ihr ich habe gehört dass der Feinschmecker gerade jetzt in Himmelsrand ist du hast dich an wie besoffen was kann ich für euch tun leck mich am Arsch hau ab verdammter Mongo was macht denn der da hat er hoffentlich von den Spinnen noch viel fressen oder sowas Gott sei Dank gleich da gleich da gleich da Junge endlich das war ja schon wieder aus Schweden gesagt hier ich bin da ich bin da so jetzt muss ich noch zum Handelskontor und Dings hier und dann so mister ich hab deine beschissene glaube ich gefunden du Sack zeig diesen ihr habt sie gefunden ha 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 das ist sie seltsam sieht kleiner aus als ich dachte das ist blöd da komisch nicht ich werde sie zurücklegen wo sie hingehört das vergesse ich euch nie ja bitte ihr habt mir meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen vielleicht kannst du mir da ein bisschen billiger deine Sachen verkaufen du Wichser vielen Dank dass ihr werf deinen Blick darauf 400 Gold habe ich gekriegt oh ja das gehört sich gut an das hört sich sehr gut an so jetzt verkaufen was wir sind ein Scheiß hier was wir nicht brauchen ist das streckert Magie kaum 10 oh ja das hört sich gut an das Buch vom Drachenblut Feuerholz ja hier schenke ich dir Frostbissgift ganz sauram Jagdbuch kreisliche Arm stehen habe ich dreimal weg damit Rüstung auch dreimal Stiefel auch dreimal das kreisliche was kann man auch abwerfen jetzt hier Kopfgeld das ist ein Buch kreisliche Arm kreisliche Arm kreisliche Arm kreisliche Arm auch verkauft habe Pfff Stahlschwert gekauft 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 so jetzt gehen wir noch schnell zur Schmiede und dann mache ich erstmal einen Stopp ich habe nämlich schon wieder keine Lust mehr hier auf den Kack hier ist die Schmiede Papa sagt dass ich zu nett zu Fremden bin komm hau mal ab aber ihr scheint in Ordnung zu sein was auch immer ihr benötigt frei ist mir wenn es einfach und das ist kann ich es schmieden so jetzt schon den Level aufstieg ich habe was noch an der Level aufstieg das nochmal nochmal so einmal mal einnehmen ach so das habe ich noch gar nicht gemacht ok so ach so ich habe das Schwert verstärkt ok Waffen Steilschwert 12 und das hat auch 12 ach das Schwert ist glaube ich schneller glaube ich hoffe ich mal ok geil so also Leute ich mache jetzt hier einen Cut genau hier und tschüss